hallo herzlich willkommen ich bin nur sie unabhängig sind sie berater ich wollte ein kleines update noch mal geben ich habe ein paar dinge vergessen zu sagen die uns verlassen und tut mir leid mein outfit ich bin im putzbahn und deswegen werde ich das jetzt nachholen die neuigkeiten die kam nämlich gestern abend und ich habe gestern abend nicht mehr eingeguckt und deswegen mache ich jetzt schnelles update da ich auch zeitlich nicht geschafft also wir fangen an bring back my body geht raus weihnachtskollektion favorits das sind die der schneemann die schneemann lampe also wo das schneemann gesicht drauf ist und die lichterketten außen rum sind die lampen gehen raus dann geht weihnachten mit disney raus und alles was ich euch soweit vorlese findet ihr unter alles unter und wortfindung und kollektion und mein outfit tut mir leid ich bin mit einem putzwang wie gesagt kommen die kombi angebote duftlampe und sensibars dezember gehen raus die findet ihr unter sonderangebote und elektrische duftlampen mit bars das geht raus kombi angebot zum verschenken geht raus das findet ihr unter dem geschenke flyer sind drei kombi angebote für euch noch da einmal ein body kombi angebot da ist eine kappen duschgeber drinnen ja duschgeber drinnen auf alle fälle und körpercreme war drinnen dann geht es gibt es dann noch ein kombi angebot wäsche und für die tiere gibt auch eins noch also da könnt ihr noch mal gerne vorbeistöbern und euch das sichern die klemmer die kollektion geht komplett raus die harry potter kollektion geht raus die herbst kollektion geht raus die feiertagsbricks unsere ersten bricks in europa gehen raus dann geht die steht bei uns drin aber ist schon am ersten tag ausverkauft gewesen die limitierte duftlampe für die feiertage die einmal im jahr neu gibt einmal im jahr auf eine bestimmte limitierte auflage gibt es raum geht raus wobei das trend hier geht raus steht schon aus auf ausverkauftrennung die kollektion dürfte der saison geht raus das sind so weihnachts dürfte also wenn ihr diese schön findet von der beschreibung schnappt euch das paket einfach habt auf 14 tage rückgabe recht noch also wenn euer paket ankommt zum beispiel ich nur im fünften habt ihr 14 tage zeit mehr zu schreiben sagen jose mir gefällt das duft nicht schicken wir zurück ihr kriegt ihr geld oder geld zurück oder wenn ihr was anders haben wollte wollt kriegt ihr was anderes dann geht raus die vanille bean buttercream feiertags edition ihr wisst ich schwärm von winnen vanille bean buttercream duftkollektion die ist so wunderbar ich kann sie wirklich ans herz legen der überraschungs buddy hatten wir ja die mystery buddies so gesehen wo man nicht weiß was man bekommt die funktionen die in der geht auch raus und dann geht raus die 50 jahre jährige jubiläum von world disney what disney world resorts geht raus diese gehen raus und wenn ihr sagt ein paar düfte haben mir gefallen dann könnt ihr die noch im sensi club sichern den sensi club könnt ihr auch einmalig machen und ihr kriegt diesen monat auch noch eine lampe dazu wenn ihr über 80 euro kommt also wenn ihr euch jetzt die feiert sagt achten zirkel brauche ich jetzt nicht unbedingt könnt ihr euch alle oder nur drei dürfte haben möchte vanille bean buttercream die dürfte der saison einwerfen und von den bricks gibt es dann auch in kleinere form da gibt es immer mal ein paar und wenn ihr dann sagt der ist so geld möchte im club behalten ich gebe euch einen tipp macht erst mal in drei monaten club den könnt ihr immer noch umstellen aber so habt ihr auch zeit zwischendurch andere bars reinzuwerfen und alle drei monate kommt euer club nach hause und ab 45 euro kriegt ihr zehn prozent ab 85 euro habt ihr zehn prozent rabatt plus ihr könnt euch einen artikel eurer wahl also ein verbrauchsartikel zum beispiel unsere wiff box unsere überraschungs box rein tun und da bekommt ihr dann eine schöne box wo ihr die produkte kennenlernen könnt und die zum beispiel der geld und statt 42 euro kostet 21 euro dann und diesen monat im dezember habt ihr noch die möglichkeit eine gratislampe dazu bekommen 85 euro 80 oder 85 euro ja in den dreh das steht auch alles auf der webseite genau nochmal bei mir beschrieben da geht ihr oben auf sensi club dort müsstet ihr euch dann anmelden und dann könnt ihr eure paket zusammen schnüren und links und die wenn ihr sagt ich will die dezember wiff box jetzt nicht unbedingt haben als halbpreis bei mir könnt ihr auch sagen ich nehme mir gönnen mir ein schönes badesalz kann ich auch super empfehlen dann bezahlt ihr auch nur die hälfte ja das nur am rande und ich wünsche euch jetzt schon mal schöne weihnachten und wenn was ist schreibt mich an ich bin jederzeit für euch da ich habe keinen urlaub ich habe nichts geplant dieses jahr und einzige wo ich dann mal eine kurze pause macht wo ich dann keine nachrichten beantworte oder das handy auch richtig so sei es am 31 23 uhr 50 bis ersten ersten 1 uhr 0 0 1 da werde ich mein handy zur seite legen und mich ins neue jahr stürzen mit neuen ideen und wie gesagt wenn ihr fragen habt schreibt mich an wenn ihr unzufrieden seid mit eurer beraterin weil sie euch nicht weiterhilft könnt ihr mir auch gerne schreiben ich helfe euch das sehr sehr gerne weiter und gebe euch tipps und tricks gerne meldet euch einfach alles ist in der video beschreibung verlinkt hinterlegt wenn was ist also ich würde sagen wir sehen uns dann schöne weihnachten eure josi